Sportveranstaltungen wie der Gymnastik Weltcup hier in Stuttgart werden von großen Konzernen gerne genutzt, um sich ein positives Image zu geben. Hier präsentiert sich der russische Gas- und Ölkonzern Gazprom als freundliche und spendable Firma. In solchen Veranstaltungen lässt sich der Konzern viel Geld kosten. Gespart wird dann am Nordpolarmeer. Dort bort der Konzern nach Öl und gefährdet dort die wahnsinnig schöne Natur. Die Rettungspläne für einen Ölunfall sind völlig unzureichend. Es kann dort jederzeit zu einem Ölunfall kommen. Der nächste Hafen, um Rettung zu holen, ist tausend Kilometer entfernt. Greenpeace ist heute hier beim Gymnastik Weltcup, um den Besucherinnen und Besuchern die ganze Wahrheit über Gazprom zu erzählen. bis zum nächsten Mal. Nöier ner Vielen Dank.